Der FC Augsburg hat sich in der Bundesliga festgebissen. Seit zehn Jahren ist der Klub nonstop mit dabei. Heute gibt's ne neue Folge Tradition oder Commerz. Viele wissen nicht, der FCA hat nen Investor. Dank externer Hilfe ist der Verein erst in die Bundesliga aufgestiegen. Man könnte sagen, der FCA trickst die 50 plus 1-Regel aus. Ich weiß, das klingt hart, aber darüber müssen wir dringend mal reden. Starten wir mal mit der Historie. Der FC Augsburg sieht sich als Traditionsverein. Das offizielle Gründungsdatum ist der 8. August 1907. Als FC Alemannia. Auf dem Trikot seht ihr das alte Logo. Die Vereinsfarben waren damals weiß-schwarz. Die Jungs hatten Bock auf Fußball, etwa 30 Leute waren sie. Sie trafen sich privat, in der Liga kickten sie erst mal nicht. Am Anfang waren sie komplett chancenlos. Ne 0 zu 25 Niederlage setzte es gegen den MTV Augsburg. Aber sie steckten den Kopf nicht in den Sand und machten weiter. Jetzt kann man sagen, das war eine goldrichtige Entscheidung. Später wurde der Verein dann in Ballspiel-Klub Augsburg umbenannt. Dort startete eine spätere Klub-Legende seine Karriere. Helmut Haller kam aus der Jugend des BC. Ihm klebte der Ball am Fuß, er war ein richtig guter Techniker, konnte dribbeln und kein Gegner hatte so richtig eine Chance. Es hieß, er habe goldene Beine. Haller war ein Vorreiter. Als einer der ersten Deutschen wechselte er dann später ins Ausland. Erst zum FC Bologna und dann zu Juventus Turin. Insgesamt dreimal war Haller bei einer Weltmeisterschaft dabei. Keine Frage, er ist einer der größten Fußballer in der Augsburger Geschichte. So, das Jahr 1963 war im deutschen Fußball enorm wichtig. Da ging nämlich die Bundesliga an den Start. Jeder wollte mit dabei sein. In Augsburg gab es damals zwei Vereine, den BC Augsburg und den TSV Schwaben Augsburg. Keiner war relevant genug, um in der Bundesliga dabei sein zu dürfen. Die Lösung, ne Fusion, das war wirklich ne zähe Sache und das dauerte ewig, bis es ne Ansage eines Funktionärs gab. Er meinte, der Augsburger Fußball muss gerettet werden, sonst bleibt er für immer drittklassig. Also, ne Fusion war alternativlos. Gesagt, getan, die Kräfte wurden gebündelt und so entstand der FC Augsburg, wie wir ihn heute kennen. Der 15. Juli 1969 ist da das offizielle Gründungsdatum. Die Vereinsfarben sind Rot, Weiß, Grün, eben die Farben der Stadt. Das sieht man auch im aktuellen Logo. Fast wäre der FC Augsburg sogar mal in die Bundesliga aufgestiegen. 1974 war das. Helmut Haller kehrte zurück und war das Zugpferd. Er half den Kollegen und zeigte, wo's lang geht. Das löste in der Stadt nen Hype aus. Im Schnitt 23.000 Fans waren bei den Heimspielen da. Der FC Augsburg schaffte es bis in die Aufstiegsrunde. Aber, und das ist ganz wichtig, da fehlte am Ende ein mickriges Pünktchen für den Aufstieg. Also richtig bitter. Der FC Augsburg war so ein kleiner Verein und komplett unabhängig, aber man schaffte es nicht, sich dauerhaft in Profifußball zu etablieren. Man war so ne typische Fahrstuhlmannschaft und rutschte Stück für Stück ab. Stolz ist der FC Augsburg vor allem auf die Jugendarbeit. Hier war man ein Vorreiter. Sehr früh setzte man auf die eigenen Talente. Lange bevor's cool wurde. Paul Renz arbeitete insgesamt 37 Jahre lang als Jugendleiter. Sein Ziel war's, die Kinder von der Straße zu holen und in den Verein zu integrieren. Er rief unter anderem ein großes Juniorenturnier ins Leben, jeweils am Pfingsten. Der FCA schlägt Brücken zur Welt. Große Klubs waren da mit dabei. Manchester United, der FC Arsenal, Chelsea, Fenerbahce Istanbul und so weiter und so fort. Sie kickten dann jeweils gegen den kleinen FC Augsburg. Da setzte er einen neuen Maßstab im deutschen Jugendfußball. Bernd Schuster beispielsweise wurde mal zum besten Talent des Turniers gewählt. Danach legte er eine große Karriere hin, war bei einigen Top-Klubs unter anderem in Spanien. Dazu wurde er mit Deutschland Europameister. Schuster wurde eben in Augsburg ausgebildet. Die besten Talente kickten beim FCA und der Jugendleiter legte den Grundstein für diesen Erfolg. In den 90er Jahren dominierte dann der FC Augsburg den deutschen Jugendfußball. Viermal gewann man den DFB-Pokal der A-Junioren und einmal wurde man sogar deutscher Meister. Der damalige Präsident meinte, das ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Die Torschützen im Finale kamen dann später sogar in die Männer-Fußball-Bundesliga. Frank Gerster wechselte zum FC Bayern, Thomas Wegle zum FC St. Paulie und Michael Rösele zum 1. FC Köln. Vergesst bitte nicht, wir reden hier von einem kleinen Amateurverein, der ganz andere Möglichkeiten als ein Profiklub hatte. Mit dem wenigen Geld wurde das Maximale rausgeholt. Auch heute liegt der Fokus auf der Jugend, die regionale Verwurzelung ist da ganz entscheidend. Der FC Augsburg hat sieben Partnervereine im Umland, um eben Talente zu finden und dann später auch auszubilden. Ein netter Fakt ist, die Mitgliedsbeiträge der Fans werden zu 100 Prozent in die Jugend gesteckt. Also, der FC Augsburg sieht sich als Ausbildungsverein, und dieses Konzept lebt man seit Jahrzehnten. Blicken wir jetzt mal auf den rasanten Aufstieg. Hier müssen wir einen kleinen Zeitsprung machen, und zwar ins Jahr 2000. Der FC Augsburg war ein typischer Amateurclub, und es gab finanzielle Probleme. Der Hauptsponsor Informatec ließ den Verein nämlich hängen, er zahlte plötzlich nicht mehr. Die Folge, man war fast pleite. Der Zwangsabstieg in die vierte Liga stand fest, sprich in die Bayernliga. Der Klub lag richtig am Boden. Bis ein Retter kam, Walter Seinsch, ein Textilunternehmer. Er durfte den Klub so umbauen, wie er wollte. Seinsch hatte den Ruf als Fußballromantiker. Er stand oft in der Fankurve und sang mit. Er schaffte es, die Leute im Verein emotional zu packen. Die Fans vertrauten ihm, und sie wurden nicht enttäuscht. Das kann man heute sagen. Seinsch ist bzw. war ein Kaufmann. Neben ihm gab's anscheinend noch sechs weitere Investoren im Hintergrund. Wer genau, keine Ahnung, das wurde nie so richtig bekannt. Die Ansage, wir geben nur so viel aus, wie wir einnehmen. Es gab einen strengen Businessplan, sehr zielorientiert. Klar, für Spieler wurde fleißig Geld ausgegeben. Dank ihnen gab's ja auch den sportlichen Erfolg. Aber beim Rest wurde knallhart gespart. Jeder Cent wurde zweimal umgedreht. Seinsch erzählte mal, dass er immer wissen wollte, was gerade ausgegeben wird, sogar beim Kopierpapier. So baute er dann nach und nach professionelle Strukturen auf. Tja, es heißt, über 50 Millionen Euro habe in den Verein gesteckt. Klar, der Aufbau eines Fußballclubs ist verdammt teuer. Viel Geld wurde hier beispielsweise in die Infrastruktur gesteckt. Seine Vision war klar, wo eine moderne Arena steht, wird über kurz oder lang Bundesliga gespielt. Seinsch wollte also ein neues Stadion bauen, die WWK-Arena. Erst wurde er dafür so ein bisschen belächelt. Immerhin waren in der Bayern-Liga nur circa 500 Zuschauer da. Aber diese Weitsicht wurde belohnt. Sportlich lief's für den FC Augsburg nämlich richtig gut. Den Aufstieg in die Regionalliga gab's schon direkt im Jahr 2002. In der zweiten Bundesliga landete man 2006. Und in die Bundesliga ging's dann 2011. Immer mehr Fans kamen. Es wurde quasi ein schlafender Riese geweckt. Der Zuschauerschnitt lag zuletzt bei circa 28.000 Fans. Das Stadion ist zwar relativ selten ausverkauft, ja, das stimmt. Aber das liegt meistens am Auswärtsblock. Der ist nämlich oft nicht so voll. Also. Ohne Walter Seinsch wäre der FC Augsburg heute wahrscheinlich noch ein kleiner Amateur-Club. Er hat professionelle Strukturen aufgebaut und das alles aus dem Boden gestampft. Er meinte mal, nicht damit gerechnet zu haben, so viel Erfolg zu haben. Mit nem klaren Plan und Konzept wurde das eben erreicht. Tja, insgesamt 14 Jahre lang war Seinsch FCA Präsident und Mäzen, sprich der Gönner des Vereins. Aus gesundheitlichen Gründen trat er dann zurück. Der FC Augsburg steht auf soliden Beinen. Man nabelte sich finanziell schon davor ab. Das Ziel war, finanziell unabhängig zu sein. Und genau das schaffte man am Ende dieser Ära im Jahr 2014. Der FC Augsburg ist ja kein reicher Klub, der mit Geld um sich wirft. Dort spielen keine großen Stars, ganz im Gegenteil. Im Kollektiv wurden die Erfolge eingetütet. Es ist ja alles ein bisschen bodenständiger, ein bisschen kleiner. Wichtig ist eben ein familiäres Umfeld. Zwei Beispiele. Anfang 2013 stand der FCA mit dem Rücken zur Wand. In der Bundesliga Hinrunde holte man nur neun Punkte. Nie zuvor konnte ein Klub mit ner so miesen Bilanz den Abstieg noch verhindern. Trainer Markus Weinzierl durfte trotzdem bleiben. Man vertraute ihm und er zahlte das zurück. Der FCA startete ne Aufholjagd. Am letzten Spieltag ging's gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Da war's sehr kurios. Das Kleeblatt bekam nämlich nen strittigen Elfmeter und traf, zack, ein heftiger Nackenschlag. Aber dieser Elfer wurde falsch ausgeführt. Ein Spieler lief zu früh in den Strafraum. Deshalb musste er wiederholt werden. Torhüter Alex Manninger hielt an den zweiten Elfmeter. Am Ende konnte der FCA 3 zu 1 gewinnen und sicherte sich den Klassenerhalt. So, der größte Erfolg der Klubgeschichte war dann der Einzug in die Europa League. Das Motto, Hashtag keine Sau. Dort kannte ja niemand den FC Augsburg. Man hatte die Rolle des Underdogs. Das absolute Highlight war hier das Duell beim FC Liverpool. An der Enfield Road war's bis zur letzten Sekunde spannend. Die Reds führten nur 1 zu 0. Torhüter Marvin Hitz machte wohl das Spiel seines Lebens und parierte gleich mehrfach recht stark. Hätte der FCA ein Tor erzielt, hätte man den FC Liverpool rausgekickt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kurz vor Schluss bekam der FCA dann tatsächlich nen Freistoß vor dem Kasten. Konstantinos Daphilidis schoss aber ganz knapp vorbei. So schiet man eben in der Zwischenrunde aus. All diese Erfolge kann man auf Präsident Walter Sainz zurückführen, auch wenn er zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr im Verein war. Ohne ihn wären diese und viele weitere Momente nicht möglich gewesen. Auch heute ist der FC Augsburg ein Investoren-Klub. Das ist schon krass, denn total selten wird darüber gesprochen. Am Anfang hab ich gesagt, man trickst die 50 plus 1-Regel aus. Mal ganz kurz zur Erklärung. Investoren sind in der Bundesliga grundsätzlich erlaubt, aber das letzte Wort soll immer der Verein haben. Er soll unabhängig bleiben. Beim FC Augsburg ist es theoretisch so, aber in der Realität sieht es ein bisschen anders aus. Klaus Hofmann ist mittlerweile der Chef. Er kommt aus der Region und ist seit seiner Kindheit FCA-Fan. Sprich, er identifiziert sich mit dem Klub. Hofmann hat eine Doppelrolle. Er ist FCA-Präsident, sprich vertritt die Interessen des Vereins. Und er ist Investor, vertritt also die Interessen des externen Geldgebers. Mal überspitzt gesagt, er hat quasi die komplette Macht. Übrigens, die Mitglieder können ihn als Präsidenten nicht direkt wählen, sondern nur das Aufsichtsorgan. Also, im Jahr 2015 hat eine Studie der Uni Leipzig festgestellt, dass der Investor einen beherrschenden Einfluss ausüben könnte. Und genau das sollte ja die 50 plus 1-Regel eigentlich verhindern. In der Studie wurde eben der Verein mal unter die Lupe genommen. Mehr Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Versteht mich bitte nicht falsch, das ist beim FCA nichts Neues. Schon bei seinem Vorgänger Walter Seinsch war das so. Es ist eben der FCA-Weg. Aber jetzt kam etwas Würze in dieses Thema. Hofmann hat nämlich einen neuen Co-Investor mit ins Boot geholt. Hier geht's um den US-Amerikaner David Blitzer. Er investiert viel in den Sport, unter anderem auch in den Club Crystal Palace in der Premier League. Der FCA erhofft sich dadurch im amerikanischen Markt angreifen zu können, dort einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und Blitzer soll sein Know-how einbringen. Im Sommer 2020 war ja schon eine USA-Reise des FCA geplant. Wegen der Pandemie wurde die am Ende abgesagt. Die Fans wurden hier komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Sie kritisierten, dass der Deal anscheinend in einem Hinterzimmer abgeschlossen wurde und die Transparenz fehlte. Der FCA sagt ja, man sei familiär und regional. Da passt der Move nicht, einen US-Investor zu installieren. Präsident Klaus Hofmann hat auf die Kritik reagiert und gemeint, er handle immer im Sinne des FCA. Und er meint, im Verein würde sich gar nichts ändern. Er wäre immer noch derjenige, der die Entscheidungen trifft. Wie es weitergeht, wird sich zeigen. Der FCA ist ja kein Verein mit riesigem Budget. Man muss immer mal schauen, wie man konkurrenzfähig in der Bundesliga bleibt. Vielleicht ist das ja so ein Weg, um genau das zu schaffen. Beim FC Augsburg ist Tradition superwichtig. Das zeigt sich auch an Kleinigkeiten. Ein Beispiel, die Anzeigetafel. Früher wurde per Hand das Ergebnis eingetragen. Josef Wagner machte das mehr als 30 Jahre lang. Das heißt, er habe kein einziges Spiel im alten Rosenau-Stadion verpasst. Klar, jetzt ist die Anzeigetafel digital, aber bei jedem Tor des FCA wird Wagner eingeblendet und man sieht, wie er das Ergebnis hinhängt. Dazu fragt der Stadionsprecher, wie steht's, Wagner-Josef? Das ist kultig und eine coole Sache. Am Ende muss ich sagen, klar, der FC Augsburg ist nur dank eines Mäzeens in die Bundesliga gekommen. Sonst wäre man wohl heute immer noch ein kleiner Amateurverein. Aber der Klub hat eine große und lange Tradition, ist unter anderem dank der Jugendarbeit fest in der Region verankert, hat eine relativ breite Fanbase, die stetig wächst und im Verein wird seriös gearbeitet. Der Zusammenhalt ist groß. Es gibt eben kein Schwarz oder Weiß, Tradition oder Kommerz. Der FC Augsburg vereint beide Seiten und für mich gehört der Klub mittlerweile fest zur Bundesliga. Übrigens, ich hab jetzt auch eine Comicfigur. Ja, das ist kein Witz. In der aktuellen Folge Monsters auf Kreisklasse bin ich mit dabei. Hier ist die Folge verlinkt, check die unbedingt mal aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsch ich gut Kick, haut rein und ciao.